So, hallo und herzlich willkommen zurück zu 4. Wir stehen aber noch in dieser Kammer natürlich, wo wir diesen Schrotflinten-Arsch auseinandergenommen haben. Schön viel Blut hat der in sich. Schrotflinte haben wir anscheinend voll und ich will noch einmal meine Waffe hier austauschen. Ist das das Snipergewehr? Nee, ne? Nee. Laden wir einmal die Dateien hoch. Nehmen wir das Ding noch mit und dann lege ich mal den Schalter um, was auch immer er macht. Licht aus. Ah, Licht wieder an. Okay. Aber in welche Richtung muss... Ah, ich muss in den Fahrstuhl, glaube ich. Aber hören wir mal ein bisschen zu. Penetrator. Supergut. Supergut. Okay. Die beste Waffe überhaupt wiederbekommen. Trauen wir uns mal in den Fahrstuhl und auf geht's nach oben oder unten. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Nach G4. Haben wir G4 gedrückt? Also fahren wir runter. Wir fahren echt runter. Okay. Oh, wir fahren sogar viele... Oh, wir sind gleich im Erdgeschoss. Kann es sein, dass wir dann vielleicht dieses Level dann noch abschließen? Ah, ne, G4. Ah. Ist G4 jetzt oben oder unten? Ist G4 jetzt oben oder... Da fährt sie davon. Okay, G4 ist offensichtlich unten. Hier ist ein Medikit. Das möchte ich haben. Schnell. Zack. Acht Medikits. Okay, uns geht es auch wieder ein bisschen besser. Obwohl wir alleine in einer gruseligen... Oh, Mann. Wie heißt denn das noch? Parkhaus. Wir sind eher in einem Parkkeller, schätze ich. Auf Stockwerk G4 anscheinend. Das war also damit gemeint. Und ich warte, jetzt werden hier einige Gegner auftauchen. Da sind es schon wieder welche. Habe ich ihn? Mist. Granate, Granate. Oh, oh. Okay. Wieso stirbt er nicht da hinten? Den schieß ich schon die ganze Zeit, oder? Habe ich den jetzt getroffen? Boah, dieser ganze Nebel schon wieder. Oder der Staub, der aufgebildet wird. Kann nichts sehen. Boah, ich habe gut kassiert. Vorsichtig. Mann, warum bin ich so schlecht geworden? Endlich da unten. Und den auch noch. Komm schon. Ja, der geht auch gleich weg. Habe ich einen übersehen? Ne, oder? Ich glaube, wir haben alle. Hier ist auch ein neues Medikit. Oh, die Musik ist klasse. Gerade. Klingt ein bisschen wie Ghost in the Shell, oder? Falls das jemand kennt. Das könnte glatt aus dem Ghost in the Shell, ähm, End the Shell, ähm, Anime sein. Der übrigens großartig ist. Wenn ihr alle mal gucken könnt. Denn der ist großartig. Außerdem ist er großartig. Vergesst nicht, groß in die Shell zu gucken. Denn es ist großartig. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Zack. 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 Warte. Dich auch noch. Mit der Scheißwaffe kriege ich dich. Du bist so. Sehr gut. Okay. Die hätten wir alle erledigt. Ohne... Oh. Verdammt. Man. Okay. Jetzt haben wir alle erledigt, glaube ich. Ich hoffe zumindest. Oh, schickes Auto. Ist das ein Polizeiauto? Was ist das für ein Auto? Ah ja, ist ein Polizist hier, der da liegt. Oh. Na gut. Oh, wie kommt da bitte Blut an die Wand? Wäre ich das? Ich glaube nicht eigentlich. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir dieses Level jetzt endlich mal abschließen. Ich wusste doch, dass sich da was bewegt hat. Oh. Komm schon. Du bist weg. Du auch gleich. Will der eine Granate gerade schmeißen oder winkt der gerade? Oh. Oh, ich habe schon wieder die Granate in der Luft getroffen. Habt ihr das gesehen? Fantastisch. Ich dachte, das geht nur in Halo. Aber es geht auch in diesem Spiel. Oh Mann. Okay, ich muss ein Medikit einwerfen. Na. Na. Oh. Nein, nicht so ein Dicker. Oh verdammt. Okay, da muss ich mich vorbereiten. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Ich muss warten, bis der Kleine um die Ecke kommt. Bis der Kleine soll es mal kommen. Weil so kriege ich den Großen nie kaputt, ey. Nicht mit dieser Gammelwaffe. Da muss ich näher ran. Ja, ne. So wird es nix. Komm. Komm um die Ecke, bevor die Strimo sind. Okay. Kommen die runter? Komm nicht mal runter, die Typen. Was ist denn das da? Ah, da steht er ja. Dann kann ich ihn wegkriegen. Ah, jetzt kommt der Große da auch ran. Ja, das ist kacke. Noch ein Medikit. Oh, ich dreh durch. Ich ess die und ess die und ess die und ess die und ess die. Ah, da treffe ich ihn nochmal ein bisschen. Aber töten werde ich ihn nicht. Habe ich noch ein bisschen Penetrator? Äh, ein bisschen Granate. Schon explodiert, ja, ne? Ist das der Große da? Ne. Dann würde ich die Bolzen jetzt gegen den... Oh. Mann, wie soll ich denn da hochkommen? Das ist doch... Ich schmeiße meine Granate. Ich... Ah, die fliegt niemals so weit, oder? Ne, hat nicht getroffen, glaube ich. Ich würde gerne den Kleinen erst mal wegkriegen. Ja, jetzt habe ich nur noch eine Schrotstunde. Ähm. Ich warte mal ein bisschen die Slow... Ich fülle die Slow-Mo mal so ein bisschen auf. Ähm. Und... Dann probiere ich es nochmal. Kommen sie runter? Ne. Ich nehme die Slow-Mo und versuche ein bisschen hochzulaufen, die Granate zu schmeißen. Na, komm schon. Ich will alle treffen mit der. Oh ja, die könnte vielleicht sogar was... Ach, Gammel. Komm schon. Es geht down, du. Dankeschön. Okay, es hat geklappt. Da mache ich jetzt mal... Ich wollte gerade einen Quick-Safe machen, das wäre so... Oh, verdammt. Ich bin tot. Ach, nein. Press any other key to continue. Okay. Mist, wo war ich denn? Scheiße. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, ihr seid wieder dabei, wenn ich bei dem Dicken bin. Vorher nicht. Also, das müsst ihr euch nicht nochmal mit antun. Ich spiele mich da nochmal hin. Also, bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ähm. Ich stehe wieder bei dem Dicken Ding. Ähm. Und bin bereit ist, es abzuschießen. Also, seid gespannt. Auf geht's. Huh. Stirb. 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 Bitte. Jetzt. Yes. Down. Quick-Safe. Ciao. Super gut. So, weiter geht's. Ähm. Ich hab festgestellt, dass in diesen LKWs übrigens manchmal Waffen liegen. Ähm. Ich hab übrigens, und das ist sehr bitter, den Penetrator. Warte mal, der müsste doch einen gehabt haben, oder? Ah. Oh, ich hab meinen Penetrator wieder, aber ich möchte... Doch, ich hab lieber diese Waffe als die andere. Okay. So, kann weitergehen. Ich quicksafe lieber nochmal. Jetzt, wo ich den Penetrator habe. Den möchte ich ja nicht verlieren. Und, äh... Oh, das sind alles diese Waffen. Na gut. Okay, dann zück ich mal den Penetrator und bin bereit für alles, was kommt. Naja, vielleicht nicht alles. Aber vieles. Manche würden sagen, wenig. Aber ich bin immerhin vorbereitet auf irgendwas. Äh. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Diese Treppe hoch. Und schauen, was uns da oben erwartet. Ich tippe auf noch mehr Gegner. Äh. Oh. Oh. Ich hab ihn getroffen. Entschuldigung. Make out later. Halt die. Oh, okay. Okay, wir haben's geschafft. Aber wir sind immer noch in Intervall 8. Ich glaube... Ach, ich nehme nichts vorweg. Ich glaube, ich weiß, wie viele Intervalle es gibt in dem Spiel. Ähm. Egal. Aber ich kann so viel verraten. Wir gehen langsam in Richtung Ende schon. Ist halt nicht so lang das Spiel. Aber finde ich auch ganz angenehm eigentlich. Oh, okay. Sind wir in einem Heli? Wir sind in einem Heli? Wir sind in einem Heli? Warum da? Well, in Lose. Turns out, Armikan Bob des Saits from the government back in the 50s. Get this. There used to be some kind of underground military conflicts in that area. I don't think Armikan was interested in what was on the process. They wonder what was on the process. They wonder what was on the road. I guess it had something to do with origin. Aha. Oh oh. Ob er noch landen kann? Oh, sie scheint gar nicht so nervös zu sein eigentlich. Ich schätze, dann kann ich auch gelassen sein. Okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir jetzt auch gerade. Ähm. Ich sehe nicht viel. Und ich habe auch Angst, was ich sehe, wenn ich was sehen kann. Okay, nicht schlimm. Ist gut. Sind wir hier reingekommen? Na. Na. Echt mal? Willst du mich echt alleine schicken? Ja, anscheinend schon. Er hat es genau richtig gesagt, warum er mich denn schon wieder alleine losschickt. Er hat es genau... Oh, dieses Haus sieht gruselig aus. Oh Gott. Das sieht nicht sehr einlandend aus. Was haben wir hier? So fangen Zombiefilme an, in solchen Häusern. Oder auch Resident Evil. Fängt auch in so einem Haus an. Dass er heruntergekommen ist. Kaputte Tapete. Oh. 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 Irgendwas stimmt hier nicht, oder? Ach, das war unnötig, dass ich das so verschwendet habe, glaube ich. Oh, die kann man so nicht rauskicken. Ah, okay. Dann muss ich es kaputt schließen. Warum steht hier im Kühlschrank? Ernsthaft. Warum steht da... 312? Okay. Warum steht da im Kühlschrank? So. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl an diesem Haus. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass hier gerade normale Gegner sind. Na gut. Töten wir die erstmal. Oh, hier sind überall diese blöden Holschdreben. Das nervt. Oh. Dich habe ich schon mal. Du hast... Der hat mich noch getroffen. Der hat mich beim Ster... Oh. Wahrscheinlich waren das seine Todeszuckungen, die noch den Abdruck... Äh, Abzug... Abdruck. An... Okay. Okay. Ich würde sagen, das ganze Haus ist unbewohnbar eigentlich. Oh. Oh shit. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Du hast volle Kanne kassiert und bist trotzdem nicht tot. Oh, diese Waffe ist einfach nicht gut genug. Ich brauche den Penal... Ich brauche die Schrotflinte. Achtung! Ja, da habe ich es dir gezeigt. Und weiter geht's. Ähm. Ich bin hier durch. Oh, ist das für... Das ist ein Revolver, oder? Das ist, glaube ich, keine normale Pistole. Kann das sein? Wo hat der... Wo war der Typ gerade... Oder wo ist der Typ gerade, der das eben gesagt hat? Ah! Tut mir leid, mein Freund. Keine Zeit für Diskussionen. Ne, ist trotzdem... Das ist wieder die gleiche Pistole. Okay, die brauche ich nicht. Ne, du kriegst auch keine Antwort von mir. Na doch, die hier. Oh fuck! Oh Gott. Soll ich hier runter? Ich schätze, ich kann nur runter, oder? Da will ich aber nicht... Ich will da nicht runter. Verdammt! Okay, dann quick save ich mal. Zur Sicherheit, ob das wirklich der richtige Weg ist. Und dann... Ah, sehr gut. Na du? Hat es dich erwischt? Oh, hier hat jemand drin gewohnt anscheinend. Ignorieren wir einfach mal. Boah, wo sind wir hier? Was soll das sein? Was ist das für ein Haus? Ganz schön da runtergekommen. Ich habe die Schrotfinte weggelegt aussehen. Nein, das darf nicht sein. Die brauchen wir noch. Ich dachte, da hätte sich was bewegt, aber es war nur... Aber ich kann Medikett einsetzen. Sag. Oh, das ist noch eins. Habe ich noch Platz? Ne. Okay, ich kann es nicht mehr mitnehmen. So muss es sein. So ist es am besten für uns. So geht es uns gut. Okay, Heli. Irgendwelche Sachen. Die benutzen Türen als Tische. Komm schon. Wo ist der Typ hin? Ich habe ihn doch eben noch gesehen. Da war ganz sicher doch noch einer, oder? Spinne ich? Oh, da ist er. Oh, hier ist ja noch einer. Den hat es erwischt. Oh. Verzogen, verzogen, verzogen. Komm schon. Und Matsch. Oh, der Kopf ist weg. Uh. Die Blutfontänen sind mir noch gar nicht aufgefallen bisher. Oh. Na gut. Der Kopf ist weg. Den brauche ich aber sowieso nicht mehr. Und den hat er auch nie wirklich benutzt, schätze ich. Aber ich habe ihm jetzt den... Kopf abgenommen. Nun ja. Ich werde jetzt mal kurz quicksaden. Und das bedeutet für euch, mit diesem kleinen, dunklen Erdbeben, dass es das Ende war von dieser... für diese Episode. Vielleicht noch nicht ganz. Vielleicht ist es auch... Oh, das Ende von mir. Oh, fuck. Noch mehr Slow-Mo, bitte. Granate auf den Boden. Und Medikit einsetzen. Und kurz in die Ecke. Ganz ruhig, ganz ruhig. Den kriegen wir, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Oh, ja. Explodier schon. Fuck. Slow-Mo ist Ende. Die brauche ich aber. Oh, nee. Geh doch mal. Oh, was war da? Nein. Ah. Komm schon. Explodier doch endlich. Aua. Nicht gut. Nicht gut. Oh, das wird richtig knapp, wenn es noch... Oh, fuck. Ah. Der Schwierigkeitsgrad hat echt ordentlich angezogen. Wow. Okay, aber wir haben es geschafft. Gut, dann würde ich sagen, jetzt verabschiede ich mich von euch. Mit einem Riesenknall. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich hier weiter bewege, werden auch wieder seltsame Dinge passieren. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei. Bis dann. Bis dann. Ich hoffe, ihr seid da.